Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu diesem UEFA Champions League-Match. Hallo, ich bin Wolf Fuss und Hansi Küpper leistet mir heute Gesellschaft. Willkommen aus dem UEFA Stadion. Hallo Wolf und hallo an unsere Zuschauer. Ich freue mich schon auf das Spiel. Die UEFA Champions League-Hymne. Das Treffen zweier Giganten. Leider halten solche Partien nicht immer, was sie versprechen. Aber trotzdem, die Spannung steigt ins Unermessliche und vielleicht hält ja die Partie heute, was sie verspricht. Mal die Aufstellung der beiden Teams ansehen. Die Anhänger der beiden Teams feiern. Der Ball rollt. Anderu. Go for it. Take your run. Das wird Silva. Balotelli schießt. Und da ist es. Das ist es. Das geht fix. Keine fünf Minuten gespielt und schon das erste Tor. Jetzt geht's auf die Bank. Silva. Die Atmosphäre hier springt einen förmlich an. Das ist das Tor, das hier im Stadion die Sonne scheinen lässt. Sie bauen noch mal auf. Ein Mitspieler im Strafraum. Messi. Enttäuschende Chancenverwertung. Drogba. Das ist das Ausgleichstor. Und Tor. Ausgleich. Hier ist was los schon in der Anfangsphase. Stark heraus. Das ist der Ausgleichstor. Und Tor. Das ist das Ausgleichstor. Und Trogba. Drogba. Ja, richtig, das war Schwaches Zweikampfverhalten Freistoß Durchaus versuchen, direkt aufs Tor zu schießen Sehr gut verteidigt Der Schiedsrichter Drogba Flanke in den Strafraum Sie sollten den Trainer jetzt mal sehen Der ist fertig, aber ist ja nochmal gut gegangen Jetzt wird's kritisch So kann er den Torhüter nicht beeindrucken Und Silva Jetzt wird's gefährlich Ein Fehler Jetzt versuchen sie das Spiel auseinander zu ziehen Und das ein bisschen schneller zu machen Gute Möglichkeit zu flanken Der Ball kommt in die Mitte Er bringt ihn zu Und auch schon vom Platz geflogen 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei Abspielen Da außen ist Platz Über die Gegner hinweg Richtig den Schub Zurück gepasst Mit viel Routine geholt Sie sind wieder am Schlag Sie spielen das Leder Javi Martinez Pedro schießt Oh, das war ein Zentimeter Ja Im 16er Der Schießrichter pfeift Der Assistent hat die Drogba Souverän Schöner Doppelpass Silva Das musste der Unpartei Er spielt den Ball erstmal weg Braun Der geht über die Latte Weit Er passt ihn zurück Balotelli Guter Doppelpass Zunahm Tevez Da will er die Abwehr ausspielen Er klärt ihn 15 Minuten in der ersten Hälfte Javi Martinez Mech Der Ballverlust bringt sie in Schwierigkeiten nach vorne Bei solchen Torwartfehlern Da brauchst du als Abwehrspieler ganz starke Nerven Sie suchen nach Räumen Er war zu spät dran Und der Silva Er stand Mutter Klasse weitergespielt Der Abwehrspieler Dreht den Ball hinein Jetzt im 60 Meter Raum Gut geklärt vom Abwehrspieler Das ist wieder schön nach außen gepasst Wieder zurück Iniesta Pedro Und damit sind sie wieder im Ballbesitz Gar keine Frage Klares Foulspiel Das war ein Tevez Und damit pfeift der Schiedsrichter die ersten 45 Minuten ab Für die Dramaturgie dieser Partie Um in der Pause gewisse Schwächen anzusprechen Jetzt sind wieder die Akteure dran Minuten Wir haben schöne Tore gesehen Und noch mehr Torchancen Bleibt nur die Frage Ob eine der beiden Mannschaften es noch schafft Das Ding hier zu gewinnen Der Mann nimmt den Ball auf Und versucht es über die Seite Noch ein Einwurf Jetzt hat er die Möglichkeit Möglichkeit von da außen Chance zu flanken Befreiungsschlag Ein langer Ball nach vorn Silva Santon Agüero Der ist drin Und damit ist klar Dass der Trainer bestätigt wurde Der im Vorfeld des Spiels gesagt hat Ander 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 Jetzt könnte er flanken Gut geklärt Einer geht zu Boden, aber kein Pfiff Optimale Gut geblockt Hoher Ball Er versucht es nochmal Javi Martinez Ein phänomenaler Pass Können Sie was draus machen? Er spielt den Ball erstmal geklärt Er ist immer noch am Ball Sie werden einen neuen Mann bringen Von hier aus wäre ein Tor möglich Souverän verteidigt Einen neuen Spieler Solide Abwehr Silva Da geht er auf und davon Also das muss er doch einfach schaffen Er dribbelt weiter Aufraumspiel Pedro Drogba Da können Sie sich befreien Silva Herrlich in die Gasse gespielt Silva Der Versuch war nicht schlecht Erklärt die Situation Silva Schön durch die Mitte Das könnte die uneinholbare Führung gewesen sein Sie liegen jetzt komfortabel Und nun ist er mit seinem zweiten Treffer dafür belohnt worden Sie sind wieder am Schlag Tewe Da geht der Ball weit nach vorne Wenn Sie so weitermachen und sich keine Freiräume mehr Sie greifen nochmal an Oh, da springt noch der Trainer von seiner Bank Pedro Sie könnten hier noch Probleme bekommen, wenn Sie nicht aufpassen Kompanie Hervorragend gespielt Damit Drogba Starkes Zweikampfverhalten Jetzt ist er im 16er Völlig verzweifelt Piqué Fünf Minuten noch Bis zum Schluss Piff Er hat ihn voll erwähnt Der Spieler Das wird aus dieser Position heraus nicht ganz einfach Da muss die Santon Nach außen gespielt Jetzt haben Sie die Möglichkeit einen Wechsel vorzunehmen Schöne Flache in den Strafraum Da geht noch mehr Silva Silva Ein super Tor Die Spieler stürzen auf den Torschützen, aber das Tor zählt nicht Die Fahne des Linienrichters Der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden das Tor Da stand kein Adressat drauf Er kommt nicht durch Jetzt wird's kritisch Der Abpfiff des Unparteiischen Das Spiel ist aus Ein absolut verdienter Die Schüler Drogba Oder Drogba Drogba Da Drogba Drogba Vielen Dank.